Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo und Epic. Wir machen heute wieder sechs Aufgaben in 20 Minuten und wir werden uns heute in zwei Superhelden verwandeln. Und zwar in die bekanntesten, glaube ich, die es gibt. Einmal in Superman und einmal in Batman. Und wir haben schon im Vorhinein abgesprochen, du wirst Batman sein. Ich werde mich dann zu Superman verwandeln. Ich wusste nicht, ob es da noch irgendwie eine weibliche Version gibt. Deswegen, wir nehmen trotzdem einfach mal Superman und Batman. Und wir haben heute, wie gesagt, sechs Aufgaben mal wieder zu erledigen. Und wir sehen hier schon so ein paar Dinge. Aber gut, ich lese mal vor. Also, als erstes, finde unter der Erde eine Höhle, die dich vor Kryptonit schützt und baue dir deine Base auf. Du sollst dir dagegen deine Batcave aufbauen, wie du das machst. Ist dir überlassen. Da muss auf jeden Fall irgendwo mal eine Fledermaus zu sehen gewesen sein. Und dann ist es okay. Als zweites rette den Villager vor der Joker-Armee. Den müssen wir finden und retten. Als drittes Verzauberer ein Eisenswert auf Schärfe 3. Sehr schwierig. Aber wir haben ein Enchantment-Table und ein bisschen Lapida. Als nächstes haben wir sammle zwei Äffe für die Bäuerin. Löche das Feuer im Haus. Das sehen wir ja schon. Und crafte einen Eisengolem als Komplizen. Also diesmal... Das ist cool. Die Aufgaben sind schwierig. Also hier die... Das ist auch schon schwierig mit dem Feuer. Aber ich würde sagen, wir verwandeln uns erstmal. Und dann geht es los. So, ich sehe schon mal aus wie mit meiner Schmalzlocke wie Superman. Und dann verwandle ich jetzt mal in Batman. Ja, ich bin Batman. Und... Los geht es. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Oh, wunderschön. Ja, Alter, Katja. Ich bin Batman. Crazy. Okay, Moment mal. Eine Sache haben wir davor noch zu erledigen. Und zwar haben wir in der letzten Folge beide einen Gleichstand gehabt. Das bedeutet, wir müssen beide die Bestrafung machen. Und ein paar haben geschrieben, wir sollen eine Minute lang blind spielen. Das bedeutet, eigentlich haben wir eine Minute lang, ja, verloren von 20 Minuten. Trotzdem machen wir das einfach mal. Und ich gehe kurz meine Zeit holen. Und dann können wir schon starten. So, bist du bereit? Wir müssen dann eine Minute die Augen zumachen, okay? Oh, ja, ja. Ich bin bereit. Auf die Plätze. Fertig. Und... Los. Okay, ich versuche einfach ein paar Bäume irgendwo zu finden. Hast du dich schon zu Bäumen? Ich höre Bäume. Ich glaube, ich baue Bäume ab gerade. Ich brauche auf jeden Fall... Oh, woher wissen wir, dass eine Minute vorbei ist? Ich weiß nicht. Ja, ja. Das ist jetzt ein bisschen blöd geregelt von mir. Ich höre die ganze Zeit... Ich muss hier... Ich höre die ganze Zeit nur Dings. Ist die Minute schon vorbei? Nein, nein, nein. Die ist never vorbei. Ich sag dir. 20... 20... Nee. Oh Mann, ich höre hier nur... Ich höre hier nur Dings. Ich weiß nicht, wo ich hinschaue. Ich glaube, ich gucke nach oben. Aber ich... Ach, hier sind Dings. Oh, hier sind Blätter. Ich baue Blätter auf jeden Fall die ganze Zeit. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhrzeit, okay? Nicht nach oben. Warte, warte, warte. Okay, wir haben noch 20 Sekunden. Und dann können wir erst die Augen aufmachen. Sehr gut. Ich sehe mal runter. 20... 19... 18... 17... 16... 15... Ich bin gleich beim brennenden Haus. 13... 13... 12... Äh, was mache ich? 11... 10... 9... 8... 7... Oh, ich gehe Holz abbauen. 6... 5... 4... 3... 2... 1... Okay. Oh, wo war ich? Okay. Wo bin ich denn hier? Oh, ich hätte aber echt... Vielleicht habe ich irgendwo sogar Bäume abgebaut. Ich mache jetzt erstmal hier so ein bisschen mehr Holz, weil ich brauche ja auch ein Eisenschwert und alles. Ähm, ich glaube, die einfachste Lösung ist mit dem Haus tatsächlich sich einen, äh, Eimer zu craften. Wir brauchen ja auch Eisen für, äh, den Eisengolem. Dafür brauchen wir Kürbisse, Leute. Warte, das ist die Schwierigkeit, das ist wirklich die Schwierigkeit. Auch, äh, Schärfe 1 mit Eisen, äh, Schwert und dann daraus Schärfe 3 zu machen. Hahaha. Auch schwierig. Alle Aufreiber sind heute schwierig. Was machst du zuerst? Ich lösche das Haus. Ah, du löscht das Haus. Okay. So, okay, okay, so, und so. Hier muss alles Feuer aus sein. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, so. Ich muss mich nach oben bauen, noch ein bisschen, glaube ich. Okay. Ich brenne, selber! Oh. Hahaha. Du bist Batman, du darfst nicht hier brennen. Au. Ich weiß gar nicht, was ich als erstes machen soll. Gleich habe ich meine erste Aufgabe schon gelöst. Dann sammle ich die Äpfelchen, dann brauche ich dir richtig doll viel Eisen. Oh, was ist da los? Ach Mann, ich brauche ja auch meine Batman-Höhle und alles. Gib noch ich. Ach so, die brauchst du. Ich brauche meine... Du Quatschmacher. Hahaha. Na gut, ähm, was machen wir zuerst? Okay, Leute, ich sage einfach mal so, wie... Ich grab mich jetzt hier einfach runter. Wir hoffen, dass wir einfach eine Höhle finden. Und, ähm, haha. Ja, das wird schon irgendwie... Dann können wir... Ich brauche ja auch eine Batman... Ah, nee, du brauchst... Du bist ja Batman! Ich bin Superman! Warum kann ich das nicht unterscheiden? Meine Spitzag ist kaputt gegangen. Ach Mann, das gibt's doch nicht. Das startet jetzt schon so schlecht rein. Aber ich nehme mal hier Kohle mit. Dann habe ich ein paar Level wenigstens. Kann ich hier schon irgendwo Eisen sein? Ich wäre sehr verbunden, wenn hier schon irgendwo Eisen wäre. Mann, ich habe nicht mal ein Level, Leute. Ein einziges Level habe ich nicht mal. Ich glaube, selbst gegen Mobs zu kämpfen wäre heute eigentlich ganz praktisch. Und genau neben mir muss irgendwo Lava sein. Leute, ich bin einfach schon bei Bedrock. Als... Ohohohohoho. Kein einziges Eisen gefunden. Nur Kohle. Das gibt's doch nicht. Und keine Höhle vor allem. Ohoho. Aber hier die ganze Zeit so komisch ist. Okay. Ich baue jetzt auf jeden Fall hier richtig noch viele Bäume ab. Ich hoffe, hier kommen zwei Äpfelchen raus. Da habe ich die Aufgabe auf jeden Fall auch schon gelöst. Hast du schon die Joker-Armee weggeschneitzt? Nein, die sind viel zu stark. Okay, gut. Ja, sonst hättest du ein bisschen was vor mir. Okay. Ja, Leute. Ich gehe wieder hoch, ne? Das nützt nichts. Ich habe kein einziges Eisen gefunden. Wie kann das sein? Und vor allem, wer diese Runde heute... Ich habe einen Apfel gefunden. Was ist der da? Danke. Oh, sehr nice. Ich habe was abgebaut. Und dann ist da ein Apfel rausgekommen. Eine Aufgabe wenigstens, Leute. Derjenige, der die Folge gewinnt, muss ja auch dann keine Bestrafung machen, weil... Das stimmt. Oh nein, ich will auch ein Äpfelchen haben. Eigentlich haben wir auch schon eine Minus-Minute gemacht mit der ersten. Da haben wir, glaube ich, nicht wirklich viel geschafft. So. Ich könnte mir eine Steinhacke machen. Steinhacke. Eine Steinaxt machen. Damit können wir dann... Oh Mann, ein Äpfelchen noch. Ich habe extra wenige genommen bei der Aufgabe, weil eigentlich Äpfelchen schon sehr schwierig sind. Und... Ich habe eine Kirsche bekommen. Das ist ja auch gut. Wo hast du da los? Glückwunsch. Och Mann. Okay. Ich glaube, Mann, kein Eisen, das bedeutet kein Wasser. Aber dafür dann halt... Ich mache einfach das Feuer so mit der Hand aus, wie du dann wahrscheinlich. Mann, das gibt es doch nicht. Ich habe zwei Äpfelchen. Oh, die Bäuerin wird sich freuen. Endlich. So, zwei Äpfelchen. Dann gehen wir hier das Feuer ausmachen. Mann, ich hätte das auch von Anfang an ausmachen können. Das ist ja gar nicht so schwierig. Ich dachte, das ist viel anstrengender. So, und so, was machst du denn gerade? Äpfelchen suchen. Ah, Joker-Armee ist erstmal abgehakt. Ja. Okay, wenn du die auf der Insel machst, irgendwo auf dem Land, ist auch noch eine. Die suche ich dann. Dann gehe ich mal hier hoch. Dann können wir das hier noch ausmachen. Das haben wir eigentlich relativ schnell erledigt. Ich habe einen Apfel. Ich weiß gar nicht, warum man Äpfel heute so schnell findet. Normalerweise braucht man dafür viel mehr Zeit. Oh, ich brenne auch. Noch ein Äpfelchen, bitteschön. Dann habe ich die Aufgabe auch erfüllt. Und dann, glaube ich, suche ich ein bisschen Eisen. Eisen, ja. Du brauchst auch eine Batcave noch, ne? Machst du das? Machst du die Aufgabe? Aber ich muss eine, naja, aber ich muss eine Federmaus finden insgesamt. Ja, ich sehe dich da hinten. Okay, dann gehe ich jetzt mal die, ja, mache ich jetzt die Jokame. Wir gucken uns die mal ganz kurz an. Mal gucken, ob wir die schaffen würden. Ich habe nur noch eine Steinschwitzsacke und eine Steinaxt. Na gut. Da hinten sehen wir sie schon, vor allem einfach mit so einem Wildschwein. Ich gucke mal ganz kurz auf die Uhrzeit. Elf Minuten noch. Boah, ein Eisengolem. Schärfe Dreischwert. Das sind ja so viele. Ja. Oh mein Gott. Ich habe die Äpfelchen. Ich habe die Äpfelchen. Okay, die Aufgabe habe ich auch erfüllt. Nein, ich will nicht, dass du die Aufgabe erfüllt hast. Effekt, das sind so viele. Ich hoffe, die ertrinken hier einfach im Wasser. So viele sind es. What? Ja, okay, aber die Aufgabe kann man erledigen. Deswegen würde ich die auf jeden Fall gerne machen. Auch wenn sie jetzt drei Minuten dauert. Boah, Leute. Warum seid ihr denn so viele? Aber ich glaube, mit dem Wasser ist das eine ganz gute Idee. Also mal gucken, wie schnell wir das schaffen. Oh man, meine Sachen sind kaputt. Ich habe nichts mehr. Egal, Alter, was ist denn da los? Oh, die rennen mir hinterher. Ja, super. Ah, ich kann mir aber nur was Neues machen. Ich mache mir ein Schwertchen, Leute. Ich mache mir gleich zwei Schwertchen. So. Oh. Kommt der. Kommt der, kommt der, kommt der. So. Das sind jetzt nur noch so eine Handvoll, würde ich sagen. Wenn ich alle anlocke, könnte ich mal ins... Dann bin ich gleich down. Äh, Leute, 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 kommt mit. Dass das so lange dauert. Okay. Es sind noch drei Stück da. Die schaffe ich auch auf dem Land, denke ich mal. Leute. Leute. Nicht. Oh, es sind noch vier. Drei jetzt. Ist das jetzt wie... Oh, zwei, zwei, zwei. Wartet. Und? Und, 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 und. Komm, komm, komm. Geh down, geh down, geh down. Und? Ja. Okay. Ich glaube, ich habe alle geschafft. Wir können mal ganz kurz mit dem Villager sprechen. Und er sagt, danke fürs Helfen. Nicey. Okay, ähm, das habe ich erledigt. Finde unter der Erde eine Höhle. Nein. Ja. Nein. Ja. Lächelt das Feuer habe ich. Okay. Doch, das Nächste, was ich machen muss, ist eine Höhle finden. Und ich suche einfach eine Höhle. Ich gehe auf keinen Fall irgendwie nochmal einfach mich runtergraben, weil dann findet man nichts. Sieben Minuten. Ich habe nochmal Eisen gefunden. Das ist sehr gut. Oh. Oder ich könnte aber Eisen... Hm. Ich weiß es nicht. Wenn ich einen Kürbis finde, könnte ich auch einen Eisengolem irgendwie machen. Hier sind auch wieder Häuser. Oh, eine Schildi. Oh. Oh. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden, wenigstens. Sehr gut. So. So. Okay. Ich habe ein bisschen Reds und davon bekomme ich ja auch ein bisschen Level. Das ist auch sehr gut. Ja. Das ist wirklich gut. Zack, zack, zack. Zack. Okay, okay. Da mache ich mir noch einen kleinen Spitzhack. Und vor allen Dingen einen kleinen Ofen. Euch auch. Ja. Es ist einfach so schwierig alles. So, so schwierig. Ähm. Hm. Das nehme ich mal ganz kurz mit. Das auch. Och. Mann. Braucht man nicht von Eisengründen sogar sowas wie Dings hier, ähm, Eisenblöcke? Ich suche mir jetzt meine Höhle. Das reicht mir. Ich brate mir gerade ein bisschen Eisen. Jetzt habe ich eine Eisenspitzhacke. Damit kann ich das, ähm, Redstone abbauen. Dafür bekomme ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, bitte alles abbauen. Oh, sehr nice. Level für mich. Danke, danke. Und noch ein Level. Okay, ein bisschen Kohle kann ich auch abbauen. Dadurch bekomme ich auch ein paar Level. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und bei Kaja. Wie viel Zeit haben wir jetzt noch insgesamt? Äh, wir haben noch fünf Minuten. Genau auf den Punkt fünf Minuten. Ich gebe mich jetzt doch nach unten in den Kram. Es muss doch nur eine doofe Höhle sein. Das kann doch nicht so schwierig sein. Vor allem, wenn man hier Lava hört, muss ja irgendwo... Ich hätte weiter oben laufen sollen. Das ist mein Fehler gewesen. Ich stehe gleich wieder hoch. Drei Minuten vierzig. Das wird hier nichts, Leute. Das wird einfach nichts. So, wir sind wieder an der Hand. Ähm, die Uhr schlägt zwei Minuten dreißig. Oh, oh. Kurz vor knapp, ey. Mann, hier ist irgendwie so eine komische Base. Es kann doch nicht sein, dass ich nirgendwo eine Höhle... Da hinten ist so Schlucht. Ich glaube, da hinten ist eine Schlucht. Wir gucken uns die Schlucht an, Leute. Egal, wenn da irgendwie so eine kleine Höhle für uns ist, dann machen wir da unser Bett rein und das ist dann meine Base. So. Hä, was ist das denn? Ja, easy. Das machen wir doch. Nehme ich mit? Gut, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Gucken wir mal, ob wir irgendwas... Als ob das auch wieder nur so eine doofe Schlucht ist und hier keine einzige Base... Also, was ist mit meiner Base? Keine einzige kleine Höhle drin ist. Als ob... Ich baue mich mal hier ganz kurz rein. Ist hier eine Feder. Hier ist auch keine Fledermaus. Gott, die Aufgabe ist so schwierig. Ich finde keine Fledermaus hier. Ja, das ist halt eine Schlucht. Das ist halt keine... Das ist halt keine Dings, ne? Das ist ja keine Höhle. Ihr wisst, wie so eine Höhle aussieht, oder? Ja, nicht so auf jeden Fall. Okay, wir gehen wieder hochstolz. Wie viel Zeit? Will ich gar nicht wissen. Ich glaube, es könnte jederzeit gerade... Nein! Ja. Mann! Nicht mal Eisenschwert geschafft oder so. Ja, eine Minute zwölf. Okay, okay, das ist ja gut. Ich muss noch einen Joker wegschnetzen. Da habe ich die Aufgabe auch erfüllt. Oh, dann haben wir Gleichstand. Dann haben wir Gleichstand. Vielleicht finde ich noch eine Höhle mit einer Fledermaus. Da kann ich meine kleine Batcave noch reinbauen. Okay, noch einen Joker, noch einen Joker. Ach Mann, ich habe auch nur ein Eisenschwert mit Schärfe eins. Hätte ich dann noch zwei weitere, glaube ich, könnte ich die miteinander verkraften. Okay, ich habe alle weggeschnetzelt. Der Willischer wurde gerettet. Okay, habe ich hier noch eine kleine Höhle? Hier, 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 nein. Oh, doch, nein. Mann, Fledermaus. Eigentlich ist in jeder Höhle eine Fledermaus, abgesehen davon, aber ich finde keine Höhle. Hier nicht. Eine Schlucht zählt nicht als Höhle. Ist hier eine Fledermaus? Ist hier eine Fledermaus? Bitte, 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 bitte. Nein! Aber ist es eine Höhle? Ja. Ohne Fledermaus. Ja, ich finde nicht mal eine Höhle. Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Ich glaube, ich bin komplett woanders. Hier ist, glaube ich, auch irgendwo eine Höhle. 15 Sekunden. Oh, nein, 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 nein. Wenn, dann könntest du jetzt gewinnen. Ich schaffe das auf jeden Fall nicht. Mann, ich dachte echt, am Anfang das Runterbauen schon wieder. Das war mein Fehler. Ah, da sind wenigstens unsere Häuser. Ich bin gleich dann aber wieder da. Und, hörst du den Timer? Ja. Stopp. Hi, Batman. Hallo. Hinter dir. Haha. Hallo. So, okay. Ich glaube, das sieht eigentlich wieder nach einem Gleichstand aus. Wir gucken uns das Ganze trotzdem mal an. So, 20 Minuten sind vorbei. Finde unter der Erde eine Höhle. Haben wir beide ja nicht geschafft. Rette den Villager vor der Joker-Armee. Da gucke ich mal ganz kurz nochmal, ob da wirklich alle bei dir weg sind. Aber da sehe ich nur den Villager. Meinen ist auch auf jeden Fall weg. Willst du es nochmal sehen oder glaubst du mir? Ich glaub dir. Ah, super. Dann was haben wir noch? Felsauberer ein Eisenschwert auf Schärfe 3. Das hat keiner erstmal an. Obwohl, du hast schon angefangen. Sammeln zwei Äpfel für die Bäuerin. Da gucken wir mal, ob du die zwei Äpfel schon auch drin hast. So, zwei Äpfelchen. Zwei Äpfelchen sind auch bei mir drin. Löchle das Feuer im Haus. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Und dann letztendlich noch crafte einen Eisengolem. Als Komplizen haben wir beide nicht geschafft. Das bedeutet, wir haben schon wieder Gleichstand. Als ob und du hast hier noch eine Kirsche und keine Ahnung, was für Dinger. Ja gut, das bedeutet, ihr könnt wieder gerne mal Bestrafungen in die Kommentare schreiben, die wir dann in der nächsten Folge von dem Format erledigen werden. Schreibt, was ihr wollt rein. Irgendwas, was vielleicht so ein bisschen bezogen ist auf die Aufgaben. Dann was uns irgendwie vielleicht daran hindert, die Aufgaben fertig zu machen, wie ihr wollt. Und dann würde ich sagen, war es das mit dem Video, Batman. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic Stab vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss. Tschüss.